Ich bin so geil gewesen. Schichtende Frau beim Genokonomen. Was? Hat er da gerade... Loki Loki machen. Okay. Checkt's dann mal auf. Checkt auf der Rücksfall. Richtig. Alter, er war gut immer. Super. Wo wusstest du denn das jetzt? Keine Ahnung, ein Auto hat sein Auto. Die beiden wirklich deutlich zu erkennen. Aber schichtende Frau beim Genokonomen ja auch gerne. Der hätte ich dann so gemacht. Ja, schön für mich, für mich. Wir sind dran von euch. Aus welcher Kategorie? Maschine. Also. Checkt in dann. Am Strand. Aber der Sand ist echt nicht. Ja, Sex am Strand nicht. Okay, dann will ich jetzt wieder... Äh, ne du willst ja wieder nicht. Wollen wir in die Kamera helfen? Okay. Ähm. Wir fühlen für die nächsten Spiele. Ich sag mir. Ich sag mir. Das ist geil. Aber dann müsstest du... Können wir das auch zum Fight machen? Ja, dann können wir das auch zum Fight machen. Und dann kann ich hoffen und... Muhtieren wir das auch zum Feigen!